Ja hier ist wieder euer Papagei, heute mit einem neuen Video, mit einem neuen Spiel, wie ihr hier seht. Das Spiel heißt EGO und ich bin grad mal so am testen, was man hier so machen kann und so ein Kram. Aber wir haben Holz geerntet und dann gucken wir mal, was sagt dem Lern? Ah, das ist falsch, ich muss nämlich hier noch ein bisschen gucken. Das ist die Werkbank. So, wir brauchen Holz. Dann wollen wir das nochmal machen. So. Ah, so wird das gemacht. Weil das ist so ähnlich wie Minecraft, man hat ein bisschen anders. Guck mal nicht von Kometen und so erwischt wird. Damit man das so. Dann hat man hier. Ah, jetzt habe ich Pfeile. Wunderbar. Dann wollen wir noch mehr Holz. Ist ja wunderbar, das sieht ja schon. Dann wollen wir hier genug Holz. Weil wir müssen auch essen und sowas. So. Ah, Pfeile haben wir jetzt auch schon mal, das ist gut. Ah, dann nehmen wir erstmal hier mal ein bisschen Holz. So. So. Dann gehen wir erstmal. Dann gehen wir mal zur Bank. Dann gehen wir mal zur Bank. Zweckbank natürlich. Und guck mal, was wir da machen können. Geht das hier nochmal. Ach, geht das hier nochmal. So. Wir brauchen Holz für. Ach, das können wir dann da mitmachen. So. Sieben haben wir. Oder. So wird das gemacht. Und so kann man das gut machen. So. Das wird jetzt gemacht. Das dauert glaube ich ein bisschen. Und dann geht es weiter. Also wir sind jetzt gerade am ausprobieren und sowas. Ich muss auch gleich wieder was essen. Das müsste eigentlich alles so gehen sollen. Da muss ich noch ein bisschen gucken. So. Wollen wir hier mal machen. Dann müssen wir hier raus. Dann hier gleich holen. Was sollst du hier? Dann. Ehh. 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 Spaß. Und. Idr. Das ist glaube ich unser Bauholz. damit kann man uns das ist worden schätzt und die test ja ja so das gefällt mir alle sind auch die bieter anzeigen so dann gucken wir mal was wir machen wir holen uns noch mal holz wir haben genug es wird dunkel ist nicht so wie mein körper so hier wird man nachts nicht angegriffen aber jetzt haben wir die Konzeptionspost was haben wir denn hier das wir brauchen so was könnten wir brauchen das er muss immer gucken was man hier macht fische wie das das kann jetzt sehen einfach mal automatisch ist eine gute sache also wir brauchen und das hätte aus so nicht nicht aus holz kommst du holz wir haben wir haben so wir haben das das ein bisschen aus was man so machen kann kleiner kleiner wie man sieht man sieht ja man kann schon was draus machen gemacht hat was hat er gemacht das hat er gemacht das können wir uns nehmen das haben wir hier das war nicht was jetzt aber wenn man sieht so jetzt haben wir schon mal eine welt das wo stellen wir denn das jetzt hin erst mal dann wir hier einfach mal dahin das ist irgendwie so ein Fischschränkchen ein ha 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 schon kurz an die so dann gucken wir mal was wir noch so machen das können wir noch so machen ok ja man nämlich nahe nach immer so entwickeln sehe ich hier und dann kann man ja überlegen was macht man und so was es ist heute eine schöne sache so kann man ja sie waren überlegen der luft da muss man natürlich dann vernichtet werden glaube ich irgendwie sowas weg was wir tragen können wir damit so ja das ist hier ein bisschen schwieriger können wir noch mal pflanzen hier ein bisschen so geil aus da ist der mond also sieht man richtig aus jetzt habt ihr mal ein kleines video gesehen und dann verabschiede mich wieder heute und sehen uns dann bis zum nächsten mal vergisst euch das leiten kommentieren abonnieren dann bis zum nächsten mal euer Papagei